Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die Profis der Haustechnik Kommis GmbH sind mit Gebäudeinstallationen bestens vertraut. So gilt der Meisterbetrieb in Mönchengladbach als professioneller Ansprechpartner für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Geschäftsführer René Kommis und sein erfahrenes Team beraten und begleiten sie von der Konzipierung bis hin zur Inbetriebnahme sowie weit darüber hinaus. Die Leistungspalette umfasst dabei Neuinstallationen, Sanierungen und Wartungen. Egal ob Sie die Modernisierung alter Heizungsanlagen, Isolierung von Rohrleitungen oder Installation von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen wünschen. Mit modernen Vorrichtungen können Sie hier neben Energie auch Geld sparen. Darüber hinaus greifen Ihnen die Spezialisten auch bei der individuellen Planung von Bädern inklusive 3D-Design und Montage tatkräftig unter die Arme. Mit Kompetenz und Termintreue übertrifft die Haustechnik Kommis GmbH Ihre Erwartungen. Überzeugen Sie sich selbst!